Ich spiele auf Rückraummitte und ich brauche eine gute Übersicht. Ich habe viele Richtungswechsel, 1 gegen 1 Bewegungen, brauche dementsprechend eine gewisse Stabilität, einen guten Bodenkontakt, eine gute Dämpfung, wenn ich viel springe, gucke, lande, Rückwärtsbewegungen, Vorwärtsbewegungen und... Ich würde sagen, ich habe eher einen schmalen Fuß. Ich bin so ein Typ, der muss den Schuh richtig fest am Fuß haben. Ich schnüre den auch super fest und da eignet sich der Accelerate richtig gut. Ist mir sehr wichtig. Ich schone natürlich auch in einer Art und Weise die Gelenke und ich glaube, da ist so eine softe und weiche Sohle im Schuh sehr wichtig. Ich habe einen guten Grip auf dem Boden. Der Schuh hat eine gute Sohle. Dementsprechend komme ich bestimmt ein bisschen höher als mit einem anderen Schuh. Ich glaube, da kann ich nicht nur gut in die Höhe kommen, sondern auch gute Richtungswechsel einschlagen. Ich muss natürlich sagen, dadurch, dass wir auch irgendwie den Kleber an den Schuh schmieren, geht der Schuh natürlich oder leidet der Schuh natürlich ein bisschen. Aber der Puma Schuh, der Accelerate, der hält wirklich sehr lange und er hat eine gute Oberfläche. Ich liebe natürlich ein weißes Schuhdesign. Der ist immer so ein bisschen elegant am Fuß. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass ich den als Rückraumspieler trage. Wahrscheinlich ist das fast ein besserer Schuh für die Außenspieler, weil er sehr leicht ist, eine gute Dämpfung hat. Aber auch als Rückraumspieler eignet er sich gut. Also ich denke, dass der Schuh da sehr vielseitig ist. Bei dem Modell gebe ich eine 1 glatt. Eine 1 plus wäre es, wenn er vorne auch noch weiß wäre. Wie vorhin schon gesagt, ich liebe halt einfach einen total weißen Schuh oder einen weißen Schuh, wenn ich runter gucke. Du siehst auch, ich habe Straßensneaker, die sind auch immer weiß. Und ja, das gefällt mir gut. Da fließe ich mich wohl.